Conny Reimann und seine Frau Manu sind die Kult-Auswanderer schlechthin. Pünktlich zu ihrem 21. Hochzeitstag verkündet Manuela Reimann jetzt die Jubel-News und ließ lang ersehnte Details über die neuen Folgen durchsickern. 2003 heirateten Conny Reimann, 68, und seine Manu, 55, in Las Vegas. Der Startschuss für ihr neues Leben in den USA. 2004 zogen sie dann mit den beiden Kindern Janina, 37, und Jason Reimann, 34, nach Texas. Immer mit dabei? Ihre Fans vor den Fernsehern. Nachdem sie ihre Reise erst vom RTL-Format Extra und danach von den RTL-2-Sendungen Goodbye Deutschland, die Auswanderer und die Reimanns, ein außergewöhnliches Leben begleitet ließen, sind die Kult-Auswanderer aktuell mit ihrer Sendung willkommen bei den Reimanns auf Kabel 1 zu sehen. Doch wann kommen nun endlich die lang ersehnten neuen Folgen? Pünktlich zum 21. Hochzeitstag von Conny und Manu ließ die 55-Jährige jetzt endlich neue Details durchsickern. Manuela Reimann, wir kommen wieder. Das ist über die neuen Folgen bekannt. Die Fans der Reimanns scheinen sich eine Frage sehnlichst zu stellen, wann kommen endlich neue Folgen ihrer Lieblings-Auswanderer im TV? Dazu bezog Manu nun erstmals Stellung und ließ neue Details über die Produktion der neuen Folgen willkommen bei den Reimanns durchsickern. Doch warum gerade jetzt? Vielleicht etwa, zur Feier des Tages? Immerhin feiern Conny und Manu an diesem Tage auch ihren 21. Hochzeitstag, wie die Zweifach-Mama stolz mit einem süßen Foto in ihrer Instagram-Story verkündete. Wie schön! Dann haben die Reimanns ja doppelten Grund zur Freude, genau, wie ihre Fans. Denn nur eine Story-Slide weiter verkündet Manuela Reimann in einer Story ihrer Produktionsfirma, dass das Warten bald ein Ende hat. Wir kommen wieder. Herbst-Winter, wir haben noch kein genaues Datum, aber wir filmen schon ganz fleißig oder sind eigentlich am Ende von den Filmaufnahmen bereits angekommen für unsere Herbstfolgen und dann geht es natürlich wieder weiter mit fünf Folgen, lässt sie vielversprechend verlauten. Da müssen sich Fans der Reimanns wohl noch etwas gedulden, bis es das versprochene Wiedersehen auf Kabel 1 geben wird. Dennoch ist dies ja schon einmal ein kleiner Lichtblick, denn die neuen Folgen scheinen bereits so gut wie im Kasten zu sein. Wie heißt es so schön? Vorfreude ist die schönste Freude.